Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar heute, wie ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Geißelsteine rauswasten und schauen wir mal, ob wir ein bisschen was Sinniges kriegen. Die Rezepte habe ich mittlerweile abgeschlossen, heißt sowohl bei dem Händler als auch beim anderen Händler habe ich mir die Rezepte soweit geholt. Gut, eins fehlt mir noch, aber da werde ich jetzt nicht mehr anfangen zu gambeln, sondern das werde ich mir halt im Auktionshaus kaufen. Und ja, mit den restlichen Geißelsteinen, die ich jetzt noch habe, möchte ich ein bisschen auf T3 gehen. Ich habe selber noch kein T3-Set voll, ich habe fünf Teile mir damals im Black Market gekauft, heißt mir fehlen noch drei. Würde bedeuten, ich könnte mir das Achievement holen und da noch ein paar Rezepte. Ich habe aber gerade gesehen, dass ein T3-Teil hier auf Black Market gar nicht im Auktionshaus ist und das sind die Hosen. Und da denke ich mir, da könnte ich den Preis bestimmen und vielleicht ist jemand blöd genug, richtig viel dafür zu zahlen und quasi über das Gold könnte ich mir vielleicht dann zwei von meinen Teilen später holen. Also so kalkuliere ich gerade so ein bisschen und dementsprechend gambeln wir jetzt die Hose und vielleicht habe ich ja Glück, kriege ich sie raus und kann sie teuer verkaufen. Also das ist so ein bisschen der Plan gerade. Drückt mit Daumen nach, dass es klappt. Ich werde jetzt 120 Druckmittel des Todes raushauen. Die habe ich umgetauscht hier von den Geißelsteinen des Verderbens, die man ja von den Bossen aus nackt bekommt, wenn man denn hier diese komplette Freischaltung gemacht hat. Falls ihr das nicht gemacht habt, ich werde euch das nochmal unten in der Infobox verlinken. Das sind ziemlich viele Rätsel, die ihr vorher absolvieren müsst, dass sowohl die Geißelsteine droppen, als auch diesen Händler hier zu bekommen, der diese Token-Sachen verkauft. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Hier haben wir einmal die Hosen. Kann ich da... Moment, sag mir bitte nicht, dass ich die einzelnen kaufen muss. Oh no 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 no. Warte mal, über das kann ich es vielleicht... Ah, da kann man es kaufen. Okay, ich habe mir jetzt schon eine gekauft, also müssen es 39 sein. Ach, das macht das ganze Inventar voll. Äh, ja gut, ich dachte, das steckt vielleicht. Ach, deswegen kann ich die übers Normale nicht kaufen. Okay, aber TSM hat ja eine schöne Funktion, wo man das hier umschalten kann. So, 35 habe ich schon, das zieht sich hier jetzt gerade ein bisschen. Gut, 40 Tokens haben wir. Und dann würde ich sagen... Kann ich die eigentlich wieder zurückverkaufen? Ah, die nimmt er nicht zurück. Okay, das da habe ich dann gelitten. Jetzt schauen wir mal. Perfekt, es geht gleich wieder los, dass es blockt. Ne, das ist zwar zum einen immer schön, wenn man Addons drauf hat, die da so Funktionen haben. Andererseits ist es dann auch nervig. Du wirst irgendeinen Token umwandeln oder irgendeine Fähigkeit benutzen. Und dann packt es rum, du kannst nichts mehr drücken. Sehr, sehr nervig. Gut, machen wir einen kurzen Relog. Und dann kann ich hoffentlich ungestört meine Tokens aufmachen. Nochmal kurzen Einschub zu diesen Rätseln. Also es sind drei Rätsel, die ihr braucht. Erstes Rätsel ist quasi, ihr müsst das alte Sholomans freischalten. Dafür gibt es ein Achievement. Dann zweites Rätsel ist, ihr müsst quasi die Geheimnisse von Naxxramas freischalten. Dafür müsst ihr ins alte Sholomans rein. Dementsprechend braucht ihr das alte Sholomans-Rätsel. Und wenn ihr die Geheimnisse von Naxx freigeschalten habt, dann gibt es noch diesen Händler, den ich jetzt gerade gesehen habe. Diesen Goblin, den müsst ihr freischalten. Und wenn ihr alle drei Sachen habt, steht der Typ da. Und ihr könnt dementsprechend auch bei den Bossen die Geißelsteine kriegen. Und die wiederum könnt ihr umtauschen gegen diese Druckmittel des Todes, wo wir uns quasi das Zeug bei dem Typen kaufen können. Und ja, da gibt es noch andere Sachen. Rezepte hatte ich ja vorhin erwähnt, da habe ich schon ein bisschen gegambelt. Beziehungsweise gibt es halt dann jeden Slot von den T3-Sachen und auch ein Mount und ein Toy. Aber zu den Sachen habe ich auch schon Videos gemacht. Juti, dann würde ich jetzt sagen, legen wir los. Erstes Teil. Was haben wir da? Das ist die Währung, die wir später brauchen, oder? Ist das das, was wir vorhin gerade im Stream geredet haben? Ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt. Jetzt schalten wir das mal nochmal um. Ah, genau, das ist diese Währung, die man später braucht, um dementsprechend die T3-Teile noch quasi abzugraden. Dass die wirklich zu dem T-Mock werden. Naja, gut, haben wir zumindest schon mal so ein Teil. Ist 2000 Gold wert. Dann haben wir irgendwelche Kack-Hosen, die kein Mensch braucht. Dann haben wir nochmal so ein Epic-Teil. Ich weiß gar nicht, landen die im... Ah, die landen hier drin, ne? Falls ihr euch jetzt gerade gewundert habt, heu ist da gar nichts rausgekommen. Dann haben wir nochmal ein Kack-Teil. Soweit ich das weiß, können da alle alten Items quasi aus der alten Welt drin sein, ne? Halt auf dem Hosenslot jetzt in dem Fall. Wenn man da noch T-Mock braucht, ist das vielleicht eine ganz nette Sache. Die sind auch alle nicht sehen gewohnt, so wie das aussieht. Da haben wir eine blaue Hose drin. Scheinen es aber auch alle nichts wert zu sein. Wobei, das sind alles World-Drops, oder? Ja, bis jetzt sind es alles World-Drops. Ich habe da ja ein schönes Add-on. Older Things schimpft sich das. Da wird das angezeigt. Na, schau mal, das ist zum Beispiel ein bisschen was wert. Das können wir vielleicht nochmal Haar verkaufen. Ja, 3K. Ne, mal gucken. Bis jetzt sieht es eher mies aus. Da ist noch das Beste, was rausgekommen ist, diese Ressource. Vier Stück haben wir jetzt schon mal. Die ist aber auch segengebunden, oder? Ja, aber die ist auf 1400 limitiert. Okay. Also die braucht man dann sowieso, ne? Das ist dann der dritte Schritt beim T3. Erster Schritt ist, das Item zu gambeln. Zweiter ist, dass man über einen Berufshersteller so ein Upgrade-Item braucht. Und mit dem kann man es dann, glaube ich, am Ende noch läutern. Also das ist dann der vierte Schritt. Da braucht man dann halt, je nachdem, was für einen Slot man hat, halt relativ viel. Ich glaube, für die Hose sind es, glaube ich, über 100 sogar, was man braucht. Die kosten normalerweise pro Stück 2000 Gold bei ihm. Und die kriegt man halt noch ein paar, Anführungszeichen, gratis raus. Ja, ich scheine jetzt aber leider kein Glück zu haben. Also wir haben jetzt schon die meisten Hosen aufgemacht. T3 ist jetzt noch nicht dabei. Das Item heißt irgendwas mit Kreuzfahrer dann. Also das Base Piece. Und müsste auch ein episches sein. Aber ja, ich glaube, meine Felle schwimmen hier gerade ganz schön davon. Ja gut, jetzt haben wir noch sechs Stück. Grip, ich sag's euch. Die ganzen Runs umsonst gelaufen. Na komm, drei haben wir noch. Ach, Dreck hat er. Letztes Teil, Daumen drücken. Ah, bitte. Also das war eine ziemliche Nullnummer. Mein schöner Plan mit, ich bin der Einzige im Auktionshaus, der das Teil hat, ist damit schon mal für die Katz. Und jetzt kann ich hier vielleicht ein paar Hosendinger weghauen. Aber das war's tatsächlich. Schade. Jetzt bin ich fast am überlegen, ob ich noch ein paar Nux Runs mache. Weil ich würde schon gern noch ein T3 Teil rausziehen. Wenn ich sag's euch, mich juckt's ein bisschen in den Fingern tatsächlich. Und ja. Gut, aber für die Aufnahme war's leider nix. Ihr seht, das ist leider keine Garantie. Oder es besteht keine Garantie, dass ihr einen Teil kriegt. Könnt da einige Runs machen und quasi, ja, im Endeffekt nur mal zu ein paar Greens abgespeist werden. Ist halt manchmal so. Gut, das war's mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht mehr Glück hattet als ich. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.